Ich möchte euch heute anhand einer 3D Punktwolke zeigen, wie schnell und vor allem passgenau man eine Treppenkonstruktion im SEMA erstellt. Dabei ist schön zu sehen, wie sich die Treppenkonstruktion in die 3D Punktwolke einfügt. Das Vorgehen bei einem solchen Auftrag ist eigentlich immer der gleiche. Zuerst wird mit einem 3D Laserscanner die jeweiligen Baustellensituationen vor Ort aufgenommen. Die Dauer des Scans lag hier bei ca. 30 Minuten. Dabei ist eine einigermaßen aufgeräumte Baustelle natürlich immer von Vorteil, da beim Scannen, wie hier zu sehen, alle Gegenstände, die auf der Baustelle herumstehen, natürlich auch mit aufgenommen sind. Danach wird die entstandene 3D Punktwolke ganz einfach ins SEMA-Programm importiert und im nächsten Schritt die Treppen und die Handläufe darauf konstruiert. Dazu werden wir uns zuerst einmal die 3D Punktwolke Daten ins SEMA-Programm importieren. Wir haben hier drei einzelne Punktwolken erstellt. Diese einzelnen Punktwolken können wir nun ins SEMA-Programm importieren. Der große Vorteil dabei ist, dass man nun auch anhand der einzelnen Punktwolke arbeiten kann. Dazu importieren wir jetzt das erste Geschoss und dann die weiteren zwei Geschosse. Man könnte natürlich auch eine Gesamtpunktwolke der drei Geschosse importieren, aber wie gesagt, der große Vorteil der einzelnen Porte ist, dass man durch die Sichtbarkeitsschaltung später die einzelnen Geschosse ein- und ausblenden kann. Somit hat man immer die Geschosse, welche man gerade für die Arbeit benötigt, parat. Nachdem wir die drei Punktwolke nun ins SEMA-Programm importiert haben, geht es im nächsten Schritt weiter mit der Konstruktion der Treppe. Im Vorfeld werden wir dazu noch ein paar Sichtbarkeitsschaltungen machen. Wir werden in der Draufsicht die 3D Punktwolke rausnehmen und werden sie uns auf der rechten Seite im 3D-Bild anzeigen lassen. Wir haben hier auch im ersten Schritt nur ein Geschoss sichtbar gemacht. Und nun geht es weiter mit dem Treppenaufmaß. Wir werden dazu den jeweiligen Befehl anwählen, das Laseraufmaß Treppe. Wir haben hier unterschiedlichste Parameter schon hinterlegt. Es ist zum einen der Beton links, der Beton rechts und das Stufenaufmaß. Beginnen werden wir jetzt hier mit dem Beton links. Das ist aber völlig egal. Man könnte hier genauso auch mit dem Beton rechts oder mit dem Stufenaufmaß beginnen. Der Weg ist dann eigentlich immer der gleiche. Es ist immer eine Abfrage von nach und von nach erzeugt im SEMA auf der linken Seite dann immer eine CAD-Linie, sozusagen die Außenkontur. Welcher Punkt wird gefangen? Gefangen wird eigentlich immer ein Punkt in der Ebene. Wir haben ja in der Ebene durch das Scan Millionen von Punkten. Und wenn ich jetzt hier sozusagen hier einen Punkt anklicke, ist gewährleistet, dass ich immer einen Punkt in der jeweiligen Ebene auch fange. Wir sehen ja, die Millionen von Punkten ergeben im 3D wie eine wirkliche 3D-Ansicht. Aber im Endeffekt sind das ganz viele einzelne Punkte. Und diesbezüglich werden wir jetzt im ersten Schritt mal den linken Lauf abgreifen. Das ist sozusagen die Außenkontur, die Mauer in diesem Fall. Und im zweiten Schritt geht es dann weiter mit der Innenkontur in unserem Fall hier. Das ist dann der Beton rechts. Man sieht natürlich hier auch immer, dass man sich dementsprechend auch immer wieder hindrehen muss an die richtige Stelle, dass man auch dementsprechend an die Punkte hinkommt, die man aufnehmen möchte. Wir nehmen das jetzt hier in diesem Fall sehr genau auf, also an jeder Trittstufe, die Außenkontur. Es wäre natürlich auch möglich, dass man hier weniger Punkte aufnimmt und dann sozusagen weniger Linien drin hat von der Innenkontur. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man die erzeugten CAD-Linien auch im Nachgang noch problemlos bearbeiten kann. Das heißt, wir können hier immer noch händisch eingreifen und beispielsweise Ecken miteinander verschneiden. Warum benötige ich das? Sollte ich beim Abschießen der Punkte zum Beispiel mal einen falschen Messpunkt in der Ebene angewählt haben, kann es sein, dass die Ecke nicht wie gewünscht ausgebildet wird. Und dementsprechend kann ich die nicht benötigte Linie löschen und die beiden Ecken neu verschneiden. Wenn der linke und rechte Lauf dann soweit passen, geht es im nächsten Schritt weiter mit der Betonstufe. Dieser Vorgang ist eigentlich der gleiche wie beim Beton links oder Beton rechts. Es ist hier auch immer wieder eine Abfrage der einzelnen Punkte. In diesem Fall ist es immer eine linke Seite der Stufe, eine rechte Seite der Stufe und die Höhe der Stufe. Man könnte das auch nacheinander machen, dass man zum Beispiel erst die Betonstufenvorderkanten zuerst macht und dann im zweiten Schritt die Höhen oder zuerst die Höhen und dann die Vorderkanten. Wir werden das jetzt aber in einem Step durchziehen. Wie gesagt, ich wähle hier auch immer einen Punkt in der jeweiligen Ebene an und erzeuge mir somit für jede Betonstufe das jeweilige Aufmaß. Wir sehen es jetzt hier auch, wie auf der linken Seite des Bildschirms die CAD-Linien erzeugt werden. Und das mache ich sozusagen für jede einzelne Stufe bis nach oben. Die letzte Stufe ist dann dementsprechend auch gezeichnet. Und jetzt fehlen uns eigentlich noch zwei Punkte. Das ist einmal das Treppenende und die Oberkante Rohdecke unten. Das Treppenende definiert somit, wie es schon der Name sagt, das Treppenende. Das wäre in diesem Fall der Beginn der Fliese oben. Und wenn wir diese zwei Punkte gewählt haben, sehen wir gleich, dass die Kontur oben geschlossen wird. Und dann fehlt uns noch eine Oberkante Rohdecke unten. Das definiert sozusagen, wo die Treppe dann schlussendlich startet. Diesen Punkt setzen wir jetzt hier unten am Fußboden noch. Das ist auch wiederum die Fliese vom Gang hier unten. Wenn wir das dann gemacht haben, geht es eigentlich im nächsten Schritt darum, zu prüfen, ob unsere Eingaben alle passen. Dazu haben wir hier eine Testumgebung. Ich kann hier den Test anwerfen. Und wenn es immer dann sagt, dass das Treppenaufmaß vollständig ist, sind wir hier eigentlich soweit fertig. Sollte hier irgendwas fehlen, wird SEMA hier mal eine Mitteilung bringen, dass das Treppenaufmaß unverständlich ist. Und es wird sogar gesagt, wo noch was fehlt. Wie gesagt, wenn das dann alles passt, geht es eigentlich nur noch darum, die Treppe dementsprechend reinrechnen zu lassen. Und das ist eben das Schöne bei SEMA. Hier geht es vollautomatisch weiter. Und das klappt halt, weil SEMA hier in den Stammdaten so viele Voreinstellungen treffen kann, die man dann als komplettes Konstruktionsstammdatum zurückspeichern kann. Und dementsprechend kann man diese ganzen Daten dann vollautomatisch auf diesen Treppenaufmaß rechnen lassen. Wir schauen uns jetzt hier beispielsweise mal in diesem einen Konstruktionsstammdatum. Sehen wir hier beispielsweise, wenn man mal ein Bauteil aufmacht, die Trittstufen. Und wie gesagt, diese ganzen Parameter können so im Vorfeld definiert werden und zu einer Gesamtkonstruktion zusammengefasst werden. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Einfaches, dass ich die Treppe auf das Treppenaufmaß rechnen lasse. Wir haben hier in diesem Fall eben jetzt nur die erste Treppe drin. Dementsprechend wird die automatisch angewählt. Dann geht es noch darum, wo die Gehlinie läuft, ob die zentriert rechts oder links läuft. Wir haben sie jetzt mal hier von rechts gewählt, weil wir einen rechten Lauf haben. Dann unter Gehlinien Abstand. Dann gibt es noch ein paar Daten zum Bauvorhaben. Das ist dann in der Geschossverwaltung auch sauber finde. Die gebe ich hier noch ein. Und dann ist es eigentlich nur noch ein OK bestätigen. Und SEMA legt vollautomatisch die Treppenkonstruktion in unsere 3D-Punktwolke rein. Und hier ist es dann voll zu sehen, wie die Treppenkonstruktion hier drinnen liegt. Und dementsprechend, wie genau ich hier sozusagen aufgenommen habe, die Punkte, so wird SEMA die Treppe auch rein konstruieren. Und der Riesenvorteil dabei ist, man sieht anhand der 3D-Punktewolke wirklich, wo welche Daten liegen. Wir sehen es jetzt beispielsweise hier unten. Wenn die Trittstufen noch ein wenig im Beton drin liegen, dann sieht man das hier einfach und kann im Nachgang ohne Probleme noch entweder was von den Trittstufen rausnehmen oder die Trittstufen dementsprechend vielleicht nochmal in der Höhe ein wenig anpassen. Also das ist hier alles ohne Probleme möglich. Und das ist halt nur so in einer 3D-Punktewolke möglich. Wir schauen uns hier beispielsweise ein Beispiel an, wie wir es hier unten an dem Türstock haben. Wir haben hier die Blende des Türrahmens und der ragt aktuell in die Trittstufe und die untere Setstufe rein. Und das ist ja bei uns überhaupt kein Problem. Man kann ganz schnell dieses Bauteil rausstanzen, also manipulieren und hat dann sofort das Ergebnis da. Es fehlt dann noch oder man muss dann noch lediglich das Verbindungsmittel ein wenig auf die Seite schieben. Und dann ist diese Situation so konstruiert, dass ich es dann wirklich auf der Baustelle auch nicht mehr nacharbeiten muss. Das ist ja der große Vorteil. Ich kann wirklich hier im SEMA-Programm schon die ganzen einzelnen Stellen, wo es vielleicht ein bisschen konstruktiv entscheidend wird, hier drin schon bearbeiten. Und das ist der Riesenvorteil. Und wenn man die Treppe dann konstruiert hat, geht es eigentlich darum, dass ich noch einen Handlauf auf diese Mauer lege. Dazu werden wir im ersten Schritt ein paar Hilfslinien uns erzeugen. Die Hilfslinien legen sozusagen fest, wo die Bauteile dann liegen werden. Da wir hier den Handlauf ein bisschen auf die Mauer aufsetzen werden, wollen wir hier eine Gegenbearbeitung zuerst einmal erzeugen. Das ist im SEMA mit einer 3D-Bearbeitung gemacht. Die legen wir uns jetzt hier im ersten Schritt einmal hin. Wenn ich jetzt nur grafisch den Handlauf darstellen wollen würde, dann bräuchte ich das jetzt beispielsweise nicht, aber wir wollen ja wirklich dann auch fertigen. Und dementsprechend legen wir zuerst die 3D-Bearbeitung. Und dann im zweiten Schritt wird der Handlauf hier draufgelegt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das jetzt über ein Anschlussgeländer, den Handlauf über ein Anschlussgeländer setzen. Wenn der Handlauf drin ist, kann ich den ohne Probleme weiter manipulieren. Ich sehe das auch in einer Seitenansicht, die 3D-Punkte-Wolke. Und kann man dementsprechend den Handlauf so hin manipulieren, wie ihn schlussendlich benötige. Und kann dann damit sicher sein, dass dieser Handlauf auch so auf dieses Mauerwerk draufpasst. Also wie gesagt, der Handlauf wird jetzt dementsprechend hin manipuliert. Ich kann hier mit verschiedenen Parametern arbeiten. Habe dann noch die 3D-Bearbeitung, die ich mir dementsprechend hinrichten werde. Und habe jetzt hier einen Handlauf konstruiert, der wirklich dann eine Ausfräsung an der Unterseite hat. Wo man dann ohne Probleme auf diese Mauer draufsetzen kann. Und das kann ich hier für die ganze Treppe machen. Oder für die zwei Treppen im Endeffekt machen. Und wenn ich das dann alles gemacht habe, geht es natürlich darum, wie kann ich die Daten weitergeben. Und es gibt jetzt hier bei uns zum einen einen Materialisten-Transfer. Dort kann ich wirklich alle Bauteile in eine Materialiste bei uns transferieren. Es gibt dann hier vorgefertigte Listen schon. Und wo die Bauteile sich darunter verbergen. Es werden hier unterschiedlichste Parameter ausgewertet. Die kann ich hier auch Parameter, die jetzt hier noch nicht aufgeführt sind, auch noch mit reinnehmen. Also da gibt es vom Gewicht der Treppe, vom Volumen, also alles Mögliche, was ich hier mit reinnehmen kann noch. Und diese Daten kann ich dann auch noch separieren. Also wenn ich wirklich dann nur die Drittstufen in einer eigenen Liste haben möchte oder die Setstufen. Und wenn ich die Daten dann so habe, möchte ich die ja dann meistens auch in ein anderes Programm transferieren. Und da gibt es zum einen die Möglichkeit über einen ganz normalen, einfachen Excel-Export, ein Word-Export bis hin zu einem vollautomatischen Export, beispielsweise an eine Kalkulationssoftware, wie zum Beispiel unser Wege-System. Könnte die Daten vollautomatisch exportieren lassen, um dann später Rechnungen, Angebote machen zu lassen. Ein weiterer Punkt ist, das Ganze grafisch auch auszugeben. Es gibt da zum einen die Druckausgabe, Automatik. Hier kann ich mir 1 zu 1 Pläne, ich kann mir hier Pläne in einem gewissen Maßstab erstellen lassen, beispielsweise für eine Handfertigung im 1 zu 1 Ausgabe oder wenn ich es mit der Maschine fertige, für die Vorarbeit, für die Werkstatt in einem Stufenplan beispielsweise, wie wir ihn hier sehen. Und somit kann ich diese DIN A4 Seite dann meinem Mitarbeiter in der Fertigung mit Hand drücken und der kann die Stufen dementsprechend herrichten. Wir können da auch Listen und weitere Sachen rausnehmen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch den Maschinenexport an jedweilige CNC-Maschine. Das Feld schaut hier eigentlich wieder gleich aus wie bei der Druckausgabe. Ich wähle mir die jeweiligen Bauteile an, die ich ausgeben möchte. Ich kann auch alle ausgeben, es werden dann immer die ausgegeben, die natürlich auch vorrätig sind im Bauvorhaben. Wählen wir da wie gesagt die Bauteile an und lässt die dann vollautomatisch Richtung CNC übergeben. Und SEMA erstellt dann hier vollautomatisch die CNC-Programme. Dann werden hier auch die einzelnen DXF-Daten erstellt und die jeweiligen SEMA Connect-Dateien erstellt. Und das passiert wie gesagt alles vollautomatisch. Der große Vorteil hierbei ist, wir machen hier örtlich drei Datenformate von der DXF-Datei über die SEMA Connect-Datei bis hin zur Maschinendatei. Und somit kann auch in jeder der Dateien Dateiformate nochmal reingeschaut werden. Ja, und das war dann die Treppenkonstruktion auf eine 3D-Punkt-Walkie. Jochen Grau und Herr Jochen Grau und Herr Jessen Jochen Grau und Herr